in der Stichwitz nicht gegen es ist also ein Sack gesichtert in es kann Pauli holt hat er manchmal nehmen wir es in die Hälfte der Hacke kaputt und sagt ich bin auch an das Geld war und es hat mir gerade ein kleines biet Buster gegeben damit hat sich immer noch so Ich will für, sobald nächstes Mal Nacht ist, gehen wir ein paar Monsters jagen. Ja, ich baue gerade eine schöne Form. Klasse, mir fehlen Wet's Top. Und ich suche erstmal die ganze Mauer ab. Mauer absuchen macht echt hungrig. Tatsachen. So, die Fackeln. Ja, es funktioniert so, wie ich mir vorgestellt habe. Das ist wie ein Schrelaten. Aber das ist außerhalb unserer Mauer. Ja, wie wäre es, wenn du mal die Form baust? Die Weizenform. Du weißt aber, dass sie ein bisschen erhöht sein muss. Nein, weiß ich nicht. Doch, die muss ein bisschen erhöht sein, weil ich würde sagen, so über zwei Ebenen oder so, oder? Und ich würde sagen, ich baue mal die ganze Mauer außen rum. Hast du noch Holz? Ah, hier ist man. Ja, ich habe noch Holz. Klasse. Den Bogen kann weg. Zuckerrohr behalten. Den Amboss. Wo schlägt den am blödesten hin? Dahin. Falls du brauchst, hier steht ein Amboss. Wo? Hier im Haus. Neben unseren Kisten. Damit dir noch was ist, wie ich. Clean Stone. Ich glaube nicht. Ich überlege. Man merkt es. Äh, was brauche ich? Ja, das Holz habe ich hier mitgenommen. Was passt in meinen Post, oh scheiß Pole? Hör. Bau, bauen tue ich gleich mal gar nichts. So viel würde das kosten? Ich glaube ein Eisen würde, ja. Gibt es aber keinen Bock drauf. Klasse. Oh, ein geiler Bogen. Welcher? Enchanted? Das ist meiner. Den musste ich schon weg tun. Schmeiß mir mal Cobblestone her. Schmeiß den Bogen und Cobblestone. Weil sonst muss ich die schöne Anordnung. Pfeile habe ich in meinem Event her, glaube ich. Nein, die habe ich weggetan. So. Äh, du hast gerade meine Pfeile geklaut. Hab ich gehabt. War auch Pfeile. Du brauchst du mal meine Sachen. Und jetzt schmeiß ich mir mal Cobblestone her. Hab ich auch schon gemacht. Echt? Oh ja, stimmt hier. Brauchst noch mehr. Wie was man mit Holz rausrücken? Ich brauche nämlich auch noch was. So. Der Rest, der hier hinfällt, kann ich haben. Falls du Pistens brauchst, wir brauchen eh das Ding. Dann habe ich ein paar mehr gebaut. Okay. Äh, okay. Dann will ich hier auch noch raus. Ähm, Cobblestone, Sticky Scroft. Kleine Logik. So. So, ich glaube, das müsste reichen. Äh, hast du Zuckerrohr bei dir? Ne, ich glaube nicht. So, denn wir haben nur vier Zuckerrohr. Goll. Und es ist mir jetzt egal, aber du baust das andere. Also Karotten und so. Ne. Hier ist ja noch Zuckerrohr. Doch, helf mir dann wenigstens. Kann ich nachher machen. Was willst du jetzt machen? Mit meinen Pfeilen jagen gehen. Wenn wir in die Mine gehen. Für was? Warum soll ich das jetzt nicht machen? Äh, weiß nicht. Wo ist da die Logik? So. Zurgleichzeit die gleiche Reaktion. Schärflich. Das weiß ich ja nicht so heißen. Dann triss ich hier einmal noch eine Karotte. Hat der auch keinen Hunger mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr haben. Ich brauche hier auch keine Hosen. Rot und ich bin blau, Tulpen und ich bin rot und ich bin jetzt auf die Toilette. Ja, das war doch in Papel. Patrick, der Boss. So muss man eine Facebook-Page machen. Patrick, der Boss. Das muss man nicht nennen. So ist es schon. Ne, ich wette, es gibt keine. Patrick ist der Boss. Das war es schon immer. Das gucke ich nach, oder? Ach nee. Mach ich den ganzen Tag, das ist der Karten bei. Ja, weil wir die Form abgebaut haben. Ich will keine Karten nehmen, nur vier Stück. Ich brauche mehr Cobblestone. Ich klatsche dich an die Wand mit deinem Cobblestone. Ja, ich muss nur mal aufpassen. Guck mal, die Form da hinten. Ich will die Erde überdecken, deswegen mit Cobblestone umbauen. Hier dann. So, spielen wir Roulette. Okay, warte, ich komme auch gleich. Egal. Wo bist du? Ich bin weg. Wie fail das bei dir aus? Wie du irgendwie... Warum denn? Ich mag deinen Texte-Pack nicht so. Ich mag den Standard nicht. Los, komm. Ich spiele jetzt Roulette. Nicht, wenn du auf... Oh, ich hab's jetzt erwischt. Oh, der war ganz knapp in dir vorbei. Das hier ist vier... Nein, fünffeilige Schossen und einer davon hat dich erwischt. An einem Mann nach dahinten muss. Ich dachte, gerade muss ich jetzt wieder hin. Wo ich jetzt... Ich hab's nicht mehr als die Cobblestone abgelegt. Ich vollpfosten. Ich glaube nicht, die habe ich geklaut. Nicht dein Ernst. Hast du alle Cobblestone geklaut? Ich hoffe. Idiot. Die brauche ich doch. Für was? Mine. Was brauchst du in der Mine? Cobblestone. Gar nicht. Ich muss aber weiter bauen außen. Ja, ich baue gerade die Form, weil du es ja nicht machen willst. Und wenn die Form keine Decke hat, sie die total... Jetzt muss ich wieder mit Mine runter. Zack. Ja. Sack, Lack, Lack. Ja, muss sein. So. So. Ups. Jetzt bin ich so verstanden von dir geflogen. So. 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 Die erste Farm ist dann mal fertig. Ist die schon fertig? Ja. Dass auch nichts rein kann, baue ich oben ein Glasdach und so. Tu das. Oder ich mache das so, dass man oben auf die Zuckerrohr die Hühnerfarm drauf baut. Das wäre doch auch mal eine Idee. Kannst machen. Ich glaube, das würde... Muss aber vier hochbauen. Ich weiß. Ich glaube, das würde... Also vier frei oben. Ich glaube, das würde ein bisschen blöd aussehen, oder? Ja. Also nicht machen. Schade. Und wenn doch, hätte ich oben freilassen müssen, weil Zuckerrohr ja bis zu vier hochwächst. Ja. Oh, stimmt. Ich kann da gar kein Glasdach hinbauen. Aber ich kann vorne Glas hinbauen, sodass da keiner rein kann. Bist du sicher? Ja. Ich habe gerade eben geschaut. Bei der 28. Minute sind wir. Gut. Dann müssen wir in zwölf Minuten wieder kleine Pause machen, dass wir weiterzocken können. Bzw. sind sie in 32. So. Schnelles. Schnelle Sache. Wir müssen dann Raum bauen, wo wir nachher halt alles so verbunden haben. Mhm. Damit... Weil, wenn... Ich will, dass, wenn man einen Schalter drückt, alles abgeerntet wird. So wie bei Kronk. Nein, bei Kronk wird das auch noch mit Zwischenschaltungen gemacht, aber... Das will ich nicht. Frag mich nicht. Ich will das schon. Warum? Weil das einfach nur scheiße ist, wenn du einen Knopf drückst und alles weg ist. Weil manche Sachen ja nicht fertig sind. Dann brauchst du das aber. Miros. Gut. Ich würde gerne machen. Ach, dir ist es zu kompliziert. Nie. Nur mir ist es zu... Zu kompliziert. Nein, ich muss das nicht gemacht haben. Soll ich es unnötig finde. Äh. Versuch's nicht mit Unkehrpsychologie. Das wird nicht nützen. Du findest es zu kompliziert. Das hat nichts mit Unkehrpsychologie zu tun. Das ist nicht kompliziert. Du musst einfach immer nur das Steine vorschiebt, dann geht es. Jetzt auch mit Whetstone geht es auch noch besser. Ja, ich sag ja, aber dir ist das zu kompliziert. Nein. Doch, du hast bessere Sachen zu tun. Ja, lustigeres Sachen vor allem. Ja. Jetzt klar. Wie deine Form bauen. Äh, ich muss in den Dschungel. Warum musst du jetzt in den Dschungel? Weil ich Kakaobohnen und Ding holen muss. Ich hab Kakaobohnen. Trotzdem brauch ich auch noch Tropenholz. Ach so, stimmt. Kakaobohnen. Da kann nichts mehr rein. Hau ich alles in die Kiste. Müsste man auch bauen. Also natürlich. Und wir müssten mal den Minenabgang ändern. In Treppenstufen. Ja, jetzt können wir ja runterspringen. Aber zum Hochlatschen. Da dauert es halt ein bisschen. So, wie lange habe ich jetzt? Beziehungsweise vier. Fast zweieinhalb Stacks. Ist gut. Äh. Wann bekomme ich über die Schwestermed-Sprungen? So. Ähm. 22 Kolben habe ich noch gehockt. Nice, nice. Drei Eisen. Mhm. So. Ja, äh. Mit den Bücherregalen müssen wir jetzt einfach nur noch warten. Dass hier ein bisschen gewachsen ist. Ja. In welche Richtung muss ich runter zum Dschungel? Keine Ahnung. Guck doch einfach. Ah ja, dahinten muss ich. Klasse. Sieht man doch, oder nicht? Hm. Ist ein bisschen kompliziert. Äh. Wird das jetzt Nacht oder? Ja, das wird Nacht. Ich glaube, ich gehe lieber morgen früh. Finde ich nice. Kommst du schnell hoch schlafen? Nein, ich würde mit Papier klatschen. Klasse. Ja, dann komm doch mit. Dann können wir auf den Weg. Komm hoch, komm. Und dann riskieren zu verrecken. Warum, ne? Wir sind zu zweit. Natürlich will ich jetzt den Minen abkommen. Wir müssen es probieren. Du musst nur aufpassen, dass nirgendwo auf dem Rand hängen bleibst. Du bist nicht immer so wegsprungen. Doch, ausprobieren. Oh, du, Holzkorb. Das hätte ich auch machen können. Und dann nach Hof porten. Weißt du, wir müssen den ganzen scheiß Weg latschen. So. Egal. Ich klappe noch zwei Steinchen weg. So, dann habe ich zwei Eingänge in die Mine. Ja, aber du könntest es sowieso nicht von ganz oben aus probieren. So. Ist hier die Mine, die du gerade gebaut hast. Ja, die hat zwei Wege. Schluss. Machst du das? Ja, das weiß ich. Wie geil. Ich werde hier, wir bekommen hier gleich Besuch von Ernährungsberatern da oben. Dazu brüchtest du den anderen Textur-Pack. Wie oft noch? Ernährungsberater. Das sind die Skeletten. Ja. Damit du ja nicht zunimmst. Der war flach. Immer schnell rennen. Der war flach. Nein, verstehe ich nicht. Skelette bestehen nur aus Skeletten. Ernährungsberater. Jetzt weiß ich, dass die Witze, die wir mal klären mussten, einfach nicht mehr witzig. Ach, das ist ganz witzig. Aber er wäre, glaube ich, so, dass du nicht witzig geworden bist. Nehmen wir mal verrottetes Fleisch zum Essen. Lecker. Das will doch echt jedes Kind als Pausenbrot haben. Der Witz ist, das sind alles Kannibalen. Ja. Ja. Ja, die Essen, wenn man verrottetes Fleisch isst, ist man kannibale, weil... Weil man Zombie-Futtert. Ja, und Zombies waren früher Menschen. Ja, früher. Früher wohlgemerkt. So. Kommst du jetzt... Ich klatsch' kurz auf meine Tools da rein. Ne, ich hab noch die Axt dabei. Ne, ich hab noch ein paar Karotten. Ne, ich nehme lieber die Vorrednerflatsch. Mach ich jetzt auch eine Schaufel. Da haben wir schon Platzersparnis und hier ist ein Lohnkern. Kai, Kai kann besser bauen wie Mashroom. Du hast eine ganze Stiggy... Du musst mal angucken, was Mashroom für ein Ding gebaut hat. Und jetzt, Kai hat ein richtig fettes Haus draus gebaut. Ja, ganz gut. Also nichts gegen Mashroom, aber okay, Kai, ich spiel doch viel länger. Ja. Ja, um einiges. Kommst du. Ich meine, ich brauche noch ein paar Schwerter. Ich habe nur ein Schwerter. Okay, du nehm Steinschwerter dann. Komm. Hier steht der Amboss nur so. Komm. Ja, ich weiß. Kann ich mich nur noch in die richtige Lage bringen, die Sparte. Komm mit. So, wir kommen. Bist du hinter mir auch gut? Du hast auch genügend Essen bei. Essen, ich habe nur verreutetes Fleisch dabei. Sparten. Ich habe eh nur vor, in den Ding zu gehen und dann will ich wieder zurück. Hier runter springen ist schlecht. So. Klasse, schon wieder das Ding. Was? Ja, schon wieder war. Hatte ich Hunger bekommen. Ich habe schon lange Hunger. Eine Hungerkeule. Bist du hinter mir? Oh, das sind ja die jetzt. Ich bin vor dir. Echt? Da kommen schon die ganzen Spurbeln angerammt. Ja, aber wir müssen in die ganz andere Richtung, du. Ja, ich will hier nur noch ein paar Zombies versohlen. Komm doch mit. Hallo, ganz andere Richtung. Hier lang. Ich lief mir aktuell mit dem Skelett. Und Spinne. Die braucht nur noch einen Schlag. Oh, Bogen, Bogen, Bogen. Yes. Was? Das war der Mensch, Bogen. Ja, dann gib mir lieber einen Bogen. Ja, ich... Ah, doch, ich habe ja einen Bogen dabei. Was ist denn den Charm? Ja, ich weiß. Leck mich, du Hund. Sorry, dass ich dich geschlagen habe. Warum, Klaus, meine Experience? Du bist Level 30. Ist doch egal, welche Lerbe wir sind. Nee, nachher zum Upgrade nicht. Kommst du jetzt mal mit? Ja, Dicker. Schlaggst dein Leben, Dude. So. Ja, weißt du, ich finde... Die Zombie-Hürden sind ja die ganze Zeit... Also, du... Forte ist fleischig ja die ganze Zeit weg. Isst du das immer? Welches? Der Forte ist vielleicht. Ich glaube, du solltest nicht zu arg viel mit Creepern machen. Nein, äh, das hat gehangen. Ich konnte nicht nach hinten laufen. Meine Taste war eingerüstet. Ähm, das ist scheiße. Hör doch auf! Warum verdrschst du mich die ganze Zeit? Ja, weil du vor mich läufst, während ich einen Zombie geschlagen bin. Scheiße, du bist so rum. Und ich hab den vor dir geschlagen. Nein. Nein. Natürlich. Ich war viel weiter. Hast du den schon geschlagen gehabt? Ja. Nein, ich hab den... Ich hab den einmal geschlagen und dann bist du da vorgelaufen. Ja, ich war aber vor dir. Nein. Natürlich, ich hab den schon geschlagen, bevor du den geschlagen hast. Vor allem. Natürlich, guckst du ihn nachher an. Nein. Also. Ich meine, ich guck's mich nicht an. Also. Oh. Äh, Kakao und da. Hab ich schon Viere. Ja, ich hab hier ganz viele fertigen. Ja, hab ich ja vier. So. Neun hab ich bis jetzt. 15. Jetzt müssen wir Bäume finden, die wir abholzen. So. Nehmst du da kleine oder große Bäume? Ja, kleine. Ich nehm gar keine Bäume. Warum? Ich hab keinen Axt bei. Oh. Ich logik kann. Ja, ich muss jetzt ein paar halt abholzen, weil... Oh nein, das ist logisch. Dostermussel, die Kakaopo, nicht ich. Ja, das ist die Stimme. Das ist ja sowieso zusammen machen, als ich kann auch aufwärmen, was zu machen und nur noch Zombies killen. dann mache ich das was ich will so geht auch sehr dass wir zurückfinden ja gute einstellung so wie die burg aussieht kann man die nicht übersehen ich glaube immer weg dann hau ich dir gleich eine neue wohne hin wie bitte ich glaube immer weg dann hau ich da gleich eine neue wohne hin holast doch einfach das ist nur bohnenverschwendung weil ich irgendwann äh da steht normaler baum oder das normale nun ja nur um es machte da keine ahnung stimmt ja guck man sieht von es sogar von hier aus die burg jetzt in da kommt nämlich kaputt dass ich bekommt ein glaub ich weiß nicht wo du bist ich kann am rand oder mittendrin mittendrin näher ja da ist ein scharf das ist auch gesehen ja aber ich bin oben auf einem also etwas höher dass so ein berg ich bin auf dem baum ja ich glaube natürlich auch auf bäumen rum aber hallo ich habe viele schafe ja schon klar klasse kein essen mehr so ist natürlich schlau aber wenn ich drauf gehe dann kannst du deine ganze form vergessen du hast nicht immer als alle rohstoffe mitgenommen nein ich meine halt alle rohstoffe die ich bis jetzt gesammelt habe und es sind ein paar klasse aber keine erde dabei soll ich denke langsam wieder richtung burg da ist auch bald zu neige geht ich hätte mehr mitnehmen sollen so das war alles ja ich laufe jetzt auch wieder zurück ich habe jetzt 48 so nene nene kauf kauf und habe ich 34 aber da hängt noch mal ein ganzer baum verleute die der mensch was die oder die der mensch ja vielleicht weil es taucht nein ich der kinden fisch ja kann sein wenn ich sich in die ding baggen die was bei der in erde rein in erde rein bangen ja dann bekommen die damit doch doch schon ein paar mal alter sie die wuchs die sie zu übel majestätisch aus aber wie ich schon sagte da fehlen noch auf der seite die wir neu gebaut haben fehlen noch ein paar türme müsste so ein stück mauer mehr nicht ja ich finde das sieht der bloß halt also richtig kann nur wie gesagt da fehlen türme und ein aufgang fehlt auf jeden fall mal dafür braucht man kein aufgang klar wird sie ohne aufgang ich will sicherlich zu trollen dass ich jetzt mal neu aufregt wie es regt mich nicht auf nur ist würde mir 100 mal mehr zeit ersparen in der ich wäre jetzt mit aufgang wäre ich bestimmt schon oben so wissen du gerade ja ich habe gerade angefangen zu laufen sind sehr sehr hoch zu laufen ja ich schätze ja gleich oben von der theorie hier bin ich schon oben muss den aufgang ich schätze noch so irgendwie zwölf blöcke hoch oder so ich muss meinen für mich gesperrt bei mir äh keine axt das ist natürlich schlecht aber achtet mir schon